hallo liebe freunde das sind wir auch schon wieder bei der special episode 2 arg die folterkammer ist auch wieder da und mit den ganzen bekloppten hier die gerade sich um den save tresor was auch immer sammeln sagt ja und ich würde sagen weiter geht es mit tor 5 oder seid ihr fertig so kann ich nur schließen doch kann schließen und dann können wir nichts direkt auch machen ok viel spaß kommen jetzt schon die alphas ok alphas mit stacheln wartet ich habe eine idee kommen wieder die rauchkanaden so weiter ich liebe die Dinger ja lohnt es sich die Pieken auszupacken er lohnt sich nicht nur noch sie zu folgen wieso ich sehe alles ihr macht das schon ich soll ein paar Fasern ab wo also die Wackel gerade alles ja die Backen ich habe mich alle fit die Verruf ich alle fit oh Gott weiter Nächster Ok ok erro tuchst du kommst du mal bitte kurz deiner pflicht machen und du sie ein bisschen aufmischen ajo weißt du da freut er sich gerade da gibt er kann ich nicht hatten da oben weil ich die leute weil ich die arschgängen abglocke und ihr dann einfach reinsetzen könnte das war spaßig mein gott das war die würze der magi so und das ding sticht bei uns auf kinder es kommt noch so wie viele freien bis jetzt halte ich mich ganz gut muss ich sagen hier in dem scheiß terrararium in den band was der radio wird ja ich habe einen jungen los ich stehe gerade alle beim arsch zu oh gott was macht er oder nicht mehr weil ich bin ich bin es auch nicht nett ich bin es auch nicht nett ich bin es auch scheiße ich habe irgendwie packen sich meine ich habe die kanade rein danach sind sie alle auch gescheucht okay jetzt sogar hatte hier wurde im 9 also der ist tot die letzte mal intelligente hatte es so viele weil die scheiß kompionen und jetzt wird einfach alle geraden ich glaube ich habe immer geworden also leider ja ich kann mich noch nicht also eine nach dem anderen bewusstlos umgefallen ja alle ich mit sieben auch geknallt da ist noch einer und natürlich rennen wir wieder jemand von der flinde das ist die freie das brauche ich habe so wie ich sind wir es gegessen wegen dem turbo aber mir geht es auch also ich habe noch kann man wasserwert ist habe ich noch wasserwert ist 14 punkte also 14,2 das wäre nett müsste dich noch mal finden ach da du hast deine eigene challenge verkackt noch ist er nicht gestorben ist doch fast das gleiche also wenn am ende noch keiner gestorben ist dann hier ich bin ich bin schon mal gestorben alle raus aus dem raum nein 432 kinder ist nur zu öffentlich doch metall schild drin braucht das keiner das klingt doch gut ich werde mal alles rein was ich brauche braucht das keiner weil da würde ich mal alles austauschen der dritte auch das ist ein alter ist ihr Prozent aber hallo Leuchte und Leuchte auch gerade schon rum Onkel die die administrative Macht lässt etwas regnen und uns ist Prozent okay zumindest Versuch ist um n die sind Prozent jahr die die Pakete sind alle oben bei mir geblieben ja ich sehe es oder entließe sich auch ab und zu mal doch wieder durchzufallen aber dann sind so wieder oben drauf ich glaube Darth Vader hat ein paar Potenzprobleme mit seiner Macht Ui Wotter ich dachte du fällst jetzt runter oh ja kack mir ins Gesicht was da denn los was zu trinken auch die Teens oh geil so ich hab mal vier Stoff, äh drei Stoffhülte hergestellt ähm ok muss ich die irgendwo anlegen oder so ja ja zunächst so einfach als normales Item irgendwo hin macht euch bereit jetzt, drücken gehts weiter Herrgott der Jungs jetzt ein Druck dahinter, letztes Mal war es so entspannt wir sind, das Tor ging auf, wir sind gestorben wir sind umgefallen, dann sind wir gestorben, dann haben wir die Leute erledigt und sind nochmal gestorben, dann gehts weiter aber ich denk trinken und so ich denk trinken und so ist ausgescheiden ey du hörst da einfach nur noch hetzen ja nein, Spannung erkennt das, die liegen immer noch Kettins rum, wer hat noch keine sag mal, ich denk trinken ist ausgescheiden äh nein äh nein, ihr verbraucht nur wenig aber nicht gar nichts ach so also wegen mir können wir weiter sonst noch jemand ja die müsstest du auch mal aufmischen also gleich, wenn die Tore auf sind alles klar ok, kann man? jo und los hallo, Können ok, das ist ja ein großes Tor, äh, oh äh, what? da ist gar keiner da ja, nur klar ja, nur klar nur klar hallo, hallo, hallo gut aufgemischt hey, Bitch hast du gut gemacht, hast du gut gemacht oh scheiße, sie haben mich ins Gehege reingebumpst er ist auf dem das ist ein 2 der ist nicht gleich Kurve kalt ah, was, was nein, quetz ja, ist das Mut auf welchem Geber denn? auf den, der drüber ist denk grad, 2 Player, 1 Cup er blutet schon ich geh schon mal ins Gehege was ist denn hier mit dem hier los? er chillt du hast keine Chance, you shall not pass gut, das war's wer chillt hier oben einfach, guckt euch den mal an what the fuck ähm hallo, da, hier hey ja ich muss ehrlich sagen, das kam überraschend hallo oh scheiße äh ich hab da was ok, das sieht übel aus äh, der hat mich gleich wieder zurück was 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 geht ab jetzt guck ich mal an ich bin ja fliegt raus ich bin ja fliegt raus ich bin ja fliegt raus das wirkt so befremdlich, das wirkt einfach sowas von befremdlich hallo, ist das übel er will, er will du wolltest auch ein bisschen hessisch lernen wär ich? ne natürlich ah was ok äh, Nero mach nicht denselben Fehler wie ich stell deinen Vogel auf passiv äh, nur so, geht's hier unten weiter oder oder ja, ja, äh ja, wie immer wie immer ja, ich meine ja nur, weil alle sind ja rausgerannt hier muss ja irgendwo eine Kiste rumliegen die kommt gleich die kommt im nächsten Part was hier ist die Tür auf so, äh, ja, spinnest du tot, dann mach ich mal da die Tür auf alles sammeln bitte ja, welche? hier links sind auch noch zwei wie die auf geht wie die auf geht ach die Mensch, sag das doch oh, ich hör Kampfmusik einfach rein und dann nach rechts rein und nach rechts rein und nach rechts oh neue Schuhe ach Gott ist das geil ah ah tsch soll ich alles nehmen? ähm, wenn du es tragen kannst also lass erstmal die anderen reingucken ey was ist jetzt los hier? du schon wieder alles rausgefallen es ist so geil ich brauch einfach nur die Hose könnte ich mal gebrauchen die da drin war ne, ich hätte ja alles, äh, zum Save bekommen äh ja, aber die Hose erst mal nicht zurück wir, äh der Save sind einfach angesperrt tu mal die Hose du mal bitte die Hose zurück ja, Polyga ich fahrt wieder rein so oh nein reicht schon hehehe scheiße jawohl keine Ahnung kleiner Tipp ja Fernkampf ok was haben wir denn was steht denn hier äh bitte eintreten und warten danke oh Gott meine Framerate nein der Johnny steht hier einfach so drum in die Gegend rum bitte reingehen Johnny komm rein komm ich hab das ich hab das scheiß schöner Framerate ach geiserig willst du da mach ich mich zu ich mach äh hinter den zu wenn die alle in dem kleinen Raum sind ok 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 wir dürfen die Türe jetzt öffnen ok alle Mann rein ich hoffe da gehen sechs Mann rein das haben wir nie ausprobiert hehehe aber kommt äh nur kurz als Frage machst du alle drei Türen auf oder nur zwei Jungs gehen wir einen Schritt zur Seite ja ich ich hänge gerade in irgendeiner Ecke das ist gut hier so jetzt muss es gehen du stehst mit deinem Schild im Weg ich kann mich ja einfach nicht bewegen spring mal auf einen rauf da äh da fehlt noch einer meine Hau es ist zu gut es ist zu gut warte mal duckt euch einfach mal und ich spring auf jemanden drauf ja jo jetzt zu ok ok ja dann warten wir nicht lang 3 2 1 granate hahaha alter jetzt krieg ich wieder so ein scheiß Genü alter was ist denn hier los oh Gott ich seh nur nicht mal was aus dem ganzen Level oh ich kann nichts sehn tot dem Tier alter wenn das gut ist was zum geier ach so jetzt gehts wieder ach das sind noch welche das ist echt gut das ist echt gut guck guck wir waren alle im Sumpf da ist noch einer wo hier wo wo sind wir über dieses ominöse hier wer ist da ja hier ok äh jannik lieber ex-admin äh sind alle tot es sieht alles tot aus ja die Spieler leben noch auch mal es ist ja langweilig in der etage ist noch niemand gestorben oder nein das macht immer nur einen druck aber äh äh ne so eine Zwischeninfo ich habe wieder 30 Frames was ich hab wieder 30 Frames oh ich hab nen Totenkopf sehe ich gerade ich bin vorgiftet äh Kinders ihr habt das nicht aktualisiert äh naja denkt dran heute ist Mettwoch ja ja und das ist immer Mettwoch das ist immer Mettwoch hm tote Stille es regnet hätt man schreiben sollen soll Sonnentag ernsthaft was denn hier drin Sonnentag äh fällt hier was besseres rein kenners wir haben das nächste Rätsel hey darf ich darf ich äh hab ich die Ehre schön wieder in einem Korb äh in einem Korb sind Eier jede Minute verdoppelt sich die Anzahl der Eier nach 6 Minuten ist der Korb halb voll wann ist er ganz voll nochmal nimm die Antwort mal 1023 wann 12 mal 1023 ja kannst du's bitte nochmal vorlesen ja 12 mal 1023 lest doch bitte nochmal vor hallo in einem Korb sind Eier jede Minute verdoppelt sich die Anzahl der Eier dann ist es nach 7 nach 6 Minuten ist der Korb halb voll wann ist er ganz voll nach 7 Minuten das sind sieben mal 1023 ähm 7.161 nein hast du Tascherechner warte mal das nimmer das müsste aber ungefähr 1.200 hier warte probier's aus mal wieviel noch 1023 mal 7 sind 7.100 1 1 61 habe ich recht ja 7.161 still oh god ganz oh nein das hinweissschild ja ich habe die Ehre fremde Leute andrempel ist gar nicht nett hörst du auf der hat grad irgend so ein Affe geschockt das ist ne ganz tolle Idee also ich einfach vorbeilaufen ja moin na alles klärchen am bärchen oh gott oh oh schaff da ich habe einfach zu ich werde gewaltig kommen mit riesen korb oder sei doch bought hat und ganz dicken haare dankeschön ok das waren aber wenig diesmal ja was letztes mal sechs stück auf dem quadratmeter dann können nur noch ein paar liefern also ist kein problem jetzt haben wir schon alle gekült die tür kriegt da auf Prozent kommen nicht durch Olli so können Olli ja ach so nein ja da steht was im Weg okay was haben wir denn hier oh Gott oh oh Gott irgendwie sind jetzt bloß zu fünf ja ich bin schon da Kinder beim nächsten Raum müssen wir darauf achten dass wir keine Scheiße bauen und da fällt mir gerade sowas auf okay was steht da jetzt Prozent es sei lieb zu unseren Todes dann sind wir alle auch fies zu euch weiß aber einzeln und so ein Modus liegt und so ein Todes dann sind wir auch fies seit lieb zu unseren Todes dann sind wir auch fies zu euch jeder einzelne unserer Todes liegt uns in den Ohren ach so ok wir müssen alle töten dann sind sie auch lieb zu uns granate ja aber ich muss doch immer noch ein Rätsel sein oder nicht nö 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 das ist das geht so ist alle bereit alle bereit Hallo alles zu meiner Fernbedienung ja ist sie den alle bereit ist ja natürlich auf ich rein alle wollen alle wollen aber geil ja vielleicht um die framerate geht doch mal rein ja ich kann auch nur schwer Gott ich sehe nichts mehr weil sei es was das für die Kack Kombination ist die gelbe Schrift plus das ganze Heu auf dem Boden zum Glück aber das ist ja auch egal ich sag jetzt wir wissen alle töten so ist das die Schweinerei was wir hier gerade machen wieso aber sowas von und wir machen es damals ausgestorben wegen der Challenge kommt hier so ein komplettes Nest ja geil ich kann gar nicht so schnell hauen wie die sterben die ganzen Nuggets ich hör noch einen ich hör noch irgendwo einen ich kontrolliere hier schon ich glaub ich werf einfach mal ein Stück Fleisch in die Mitte mal vor wie war noch mal die Schnelltaste für rauswerfen vom Fleisch ja den kann man ja von Sachen oh oh glaub ich weil die da drin sind was haben wir denn hier noch Feines ach du scheiß was ist denn hier los es steht noch ein Swatschild was wo in der Kiste geil hier ist die Kiste ach hier ist die Kiste so jetzt habe ich natürlich vorne dieses schöne Schild stehen lassen wo ist denn wo ist denn hin äh ähm 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 äh ganz kurz was ich kommt denn mehr das Metal Schild äh Metal Schild oder das Riot Schild Riot Schild wiegt weniger und hält mehr aus und du kannst durchgucken das ist ja langweilig ich will doch nichts sehen ach ohne Schild ist es besser so hast du gerade wirklich gesagt ohne Schild ist es besser Schild Ohne Schild achso ich wollte es besser ja ja was ist jetzt mit den einen Dodo hier drin hier ist 100 pro doch irgendwo einer in diesen Käfigen du dürfte nicht denn die drei habe ich getötet weil ich höre hier noch irgendwann rumquicken ja irgendwo hier rechts in diesem Ding hier ja da drin ist noch einer ähm ähm nero ist hier vor uns noch einer hier nein sind tot ja man muss einer sein hier ist keiner hier sind keine mehr ich habe einen ja und hier ist doch Kampfmusik äh Kampfmusik ist da überall ja hier haben wir einen hier drinnen ja ich höre noch einen ja hier du bist bescheuert ach sie meint den da jetzt weiß ich wen sie meint äh also sind alle tot da drin ja ihr dürft weiter gehen gellop gellop das war die Tür für die Tür ist die Tür ist nicht zu ne achso aber nicht da also klingtmäßig doch ich hab's ne da kann man her okay na dann hier drin oder jetzt oder die Tür nach hinten ja hier haben wir eine hallo hier nein ne da komm mal her oh Tom du hast aber grad schon langes rohr oh Gott hier zu sechst ey ist das euer scheiß ernst so ach das geht auch hey Yannick wieso hast du das Orchester weniger Platz wieso hast du eigentlich so einen fetten Charakter genommen warum nicht naja du brauchst den ganzen Platz sind wir alle 4, 5, 6, jo das darf weitergehen grüß ich ach, stopp, stopp, edit the Tür öffnest Moment, Part wieder zu Ende ja so, der Part ist fertig ja gut, dann würde ich sagen danke Leute, dass ihr eingeschaltet habt schau doch mal bei den Kanälen von den anderen vorbei und Hori Do, bis denn tschüss tschüss tschausen bye bye